Robert Habeck hat einen erneuten Wutausbruch, diesmal in Washington. Dort verweilt er nämlich gerade aktuell mit einer Delegation des Wirtschaftsministeriums. Jetzt regt er sich komplett maßlos darüber auf, dass der Bundesrechnungshof zu hart in Kritik gegangen ist. So sagt er zum Beispiel, das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Wir gucken uns das ganz genau an. Hat der Wirtschaftsminister vielleicht recht oder geht es hier um ein neues Kinderbuch? Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du neu bist für kritischen Content, jetzt gerne ein Abo dalassen. Und nochmal, wir wissen ja um die Situation, ich habe ein Video dazu gemacht, dass der Bundesrechnungshof sich sehr kritisch, sagen wir es mal so, über die aktuelle Situation in Deutschland und speziell die Energiesituation ausgesprochen hat. Und das gefällt dem Herrn Habeck offensichtlich nicht. Denn, wie der Merkur hier berichtet, sehen wir dann, hat nichts mit Wirklichkeit zu tun. Habeck geht nach Strombericht auf den Rechnungshof los, wie es hier heißt. Oder auch, in der Bild ist das Ganze interessant, die waren nämlich ebenfalls auch dabei. Und da frage ich mich, warum wird der denn nach Washington reisen, um dann hier mit deutschen Medien zu sprechen? Also kann er auch in Deutschland machen, auf deutschem Boden braucht er jetzt nicht. Ja gut. Habeck, Wutausbruch in Washington nach Stromalarm vom Bundesrechnungshof. Ja, und wer das nicht mitbekommen haben sollte, der Bundesrechnungshof hat wirklich ganz klipp und klar knallharte Kritik geäußert an der aktuellen wirtschaftlichen Lage in Deutschland generell und speziell an der Stromversorgung. Deutschland Stromversorgung ist nämlich nicht mehr gesichert, wie der Bundesrechnungshof ganz klar festgestellt hat. Und warum haben sie das getan? Weil sie nicht weisungsgebunden sind. Sie sind eine der obersten Behörden, die eben nicht weisungsgebunden ist, wie zum Beispiel Richter und Staatsanwälte in Deutschland das sind, Polizisten und so weiter. Und das zeigt dann offensichtlich, dass man dann die Wahrheit sprechen kann, ohne Repressalien zu erwarten oder befürchten zu müssen. Und wenn wir uns diese Kritik hier ganz genau nochmal angucken, Zitat von Kai Scheller, das ist der Rechnungshof-Präsident. Die bisherigen Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende sind ungenügend und bergen gravierende Risiken für energiepolitische Ziele, wie es hier heißt. Aber das Ganze geht noch weiter. Die Bundesregierung muss umgehend reagieren. Andernfalls droht die Energiewende zu scheitern. Ja, böse Zungen würden jetzt an der Stelle in die Kommentare schreiben. Hey, Robby, die Stromversorgung ist in Deutschland schon komplett hinüber und die Energiewende ist gescheitert. Ja, das würden nur Böse Zungen sagen. Das sollt ihr jetzt nicht machen. Also ich würde sowas nicht behaupten. Nein, nein. Denn wir wissen ja, die Sonne schreibt keine Rechnung und die Energie wird in Deutschland natürlich deutlich günstiger. Wenn wir uns dazu Zahlen und Fakten angucken, sieht das alles aber anders aus. Denn wenn wir beispielsweise hier vom Ehrenchef uns das Ganze aus dem 24. Februar nochmal angucken. Der Ehrenchef schlägt Alarm, hieß es seinerzeit. Das Stromnetz ist ganz klar am Limit. Das ist jetzt aber überraschend. Damit hätte ich jetzt aber echt nicht gerechnet. Ich dachte, das läuft hier alles richtig gut, wo man die letzten drei AKW im letzten Jahr abgeschaltet hat. Aber nein, hier sieht das in Realität doch etwas anders aus. Aber was hat der Herr Habeck ganz genau, nämlich jetzt zu dieser Berechtigten, das ist ja keine Kritik, sondern der Wahrheit gesagt. Er sieht das anders, denn Habeck giftet gegen Bundesrechnungshof. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Den Bericht des Bundesrechnungshof habe ich zur Kenntnis genommen. Mehr aber auch nicht. Wisst ihr, wie so ein kleines trotziges Kind. Es falle ihm schwer, ihn nachzuvollziehen. Ja, das glaube ich. Das glaube ich ihm wirklich. Denn das funktioniert offensichtlich nicht. Denn sonst hätten wir nicht eine solche Politik, wie wir sie aktuell hier haben. Und er wurde zunehmend mürrisch, wie es hier heißt. Zitat Ich sage nicht, dass wir durch sind. Aber zu sagen, die Bundesregierung tue nicht genug, die Energiepreise runterzubringen, die Energiesicherung umzusetzen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, ist eine erstaunliche Wahrnehmung, die nichts mit der Realität zu tun hat. Also, folgendes. Wir sind hier beim BUND. Braunkohlekraftwerke, Klimasünder Nummer 1. Das ist ganz interessant, wenn wir uns dann besonders diese Nachricht hier angucken. Einer Studie vom April 2023 aus der Süddeutschen, vom dpa-Kanal. Zitat Studie 15 Millionen Tonnen mehr CO2 mit AKV-Abschaltung. Nein, doch! Nein, doch! Das ist ja interessant. Es ist also wirklich Realität, dass wenn man saubere, grüne Atomkraftwerke, wie die EU sie selber bezeichnet hat, abschaltet, dass man dann wiederum mehr CO2 emittiert, wenn man Kohlekraftwerke benutzt? Das habe ich jetzt so nicht erwartet. Ach, interessant. Die BILD hat er seinerzeit auch darüber berichtet. So schädlich ist das AKV aus für das Klima, hieß es hier. Und die haben das Ganze nämlich, deswegen nehme ich das nochmal mit rein, in Zahlen nochmal ein bisschen runtergebrochen. 15 Millionen Tonnen CO2 sind so viel wie Der gesamte CO2-Ausstoß von 1,5 Millionen Menschen, zum Beispiel der gesamte Stadt München. 220.000 Flüge nach Mallorca, voll besetzt mit 100 Passagieren. Ein Zehntel des gesamten deutschen Autoverkehrs. Oder doppelter CO2-Ausstoß des Kohlekraftwerks in Datteln. Wisst ihr Leute, das ist die Realität. Die Realität ist, dass die Rechnung so nicht aufgehen kann. Dass die Rechnung so eine ganz, ganz fatale ist. Die wir aber alle auch finanziell ausbaden müssen, weil weniger Energie zur Verfügung steht. Denn, wenn wir uns ein Handelsblatt angucken, hohe Importe seit April. Ja, ne, guckt euch die Importmengen hier an. Ich habe es immer wieder in meinen Videos auch erwähnt und erläutert und gezeigt anhand solcher Grafiken, die man nicht wegdiskutieren kann, dass wir im September beispielsweise letzten Jahres 4,5 Terawattstunden Strom importiert haben. Das ist absolut gigantisch, was hier passiert mittlerweile. Damit wir irgendwie über die Runden kommen und nicht ohne Strom dastehen und im Blackout landen. Aber, wie sieht das Ganze denn in der Strompreisanalyse aus? Denn der BDEW, Energie, Wasser, Leben und so weiter. Strompreisanalyse Februar 2024. Ganz aktuell. Haushalte. So hat sich der Strompreis in Deutschland entwickelt. Und ja, im Verhältnis zu 23 ist der runtergegangen. Aber Moment mal. Neukundentarife enthalten? Die drücken natürlich den Preis ganz runter. So Lockangebote für 12 Monate kriegst du dann die Kilowattstunde deutlich günstiger. Oder 24 Monate, wenn du einen guten Vertrag findest. Das funktioniert. Aber, guckt euch mal den Preis an. Immer noch 42 Cent pro Kilowattstunde Strom in Deutschland. Das ist immer noch viel zu viel. Und wenn man sich anguckt, wie die Preise hier drauf sind oder sich zusammensetzen, die Kosten, so ist es richtig. Beschaffung und Vertrieb. Okay. 18 Cent. Netzentgelte inklusive Messung und Messstellenbetrieb sind alleine schon über 11 Cent. Mehrwertsteuer alleine 6,7 Prozent. Konzessionsabgabe nochmal 1,6 Cent. Die EEG-Umlage ist ja weggefallen. War aber über Jahre hinweg ein riesengroßer Kostentreiber. Das muss man sich mal überlegen. Und wenn man sich das Ganze ja auch anguckt. Wir sind hier bei 42 Cent. 24, 23, 22. Welche Regierung haben wir seit 22? Helf mir mal in den Kommentaren. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Weil davor war es ja auch schon teuer. Verschuldet mich nicht falsch. 32 Cent ist auch absolut viel zu viel Strom. Geld pro Kilowattstunde. Oder auch 29 und 28 Cent. Aber es war bedeutend günstiger als jetzt. Das muss man sich ja überlegen. Und es sieht immer so schön aus. Ja komm Olli, jetzt 30 Cent oder 40 Cent die Kilowattstunde ist doch nicht viel. Ja. Wenn man aber eine Wärmepumpe laufen hat. Wenn man überhaupt Strom normal benutzt und hat monatlich 100 Euro. Sind das mal schnell 120 Euro, 150 Euro. Je nach Stromverbrauch. Wisst ihr Leute, das ist halt absolut lächerlich. Und dann hier sinkende Kosten bei Strom, bei Steuern und Umlagen davon zu rechnen. Oder zu sprechen. Aber die Mehrwertsteuer erhöht sich auf der anderen Seite. Ist dann halt ein fadenscheiniges Spiel. Und wenn die Regierung dafür sorgt, dass die Beschaffung und Vertrieb einfach teurer werden, ist das ein Armutsdeugnis. Und zugleich stelle ich hier auch gerne mal die Frage, warum ist überhaupt der Strompreis der Industrie günstiger? Warum? Ganz kritische Frage einfach an dieser Stelle. Warum ist das so? Warum ist das nicht gleich? Würde ich gerne mal beantwortet wissen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare unten rein. Nein, nein, das ist halt wirklich schon absoluter Wahnsinn. Aber hier, das Ganze geht noch weiter von Herrn Habeck. Denn, da heißt es dann auch noch, wie er zu Bild sagt, die Energiepreise gingen runter. Produktionskosten seien auf Vorkriegsniveau. Der Neuwahrenausbau habe mächtig Fahrt aufgenommen. Probleme seien geerbt aus den Jahren zuvor. Natürlich, ich schiebe das immer auf die andere. Und hier, ganz wütend, sagt er noch, dafür hätte ich den Bericht des Bundesrechnungshofs nicht gebraucht. Jeder, der nachdenken kann, sieht, dass das das Problem ist. Da haben sie einen Punkt schönen Dank dafür. Bezogen auf die Netzausbaukosten, die hier auf den Strompreis umgeleitet werden. Nein, Leute, es ist wirklich ein Armutszeugnis, was uns hier vorgesetzt wird, was hier passiert. Und diese Politik, diese Strompreispolitik, überhaupt diese Energiepolitik, die hier passiert, die ist eine komplette Sackgasse und ein ganz großes Problem für uns in den nächsten Jahren sowieso auch noch. Jetzt schreibt eure Meinung dazu unten rein, abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao.